Was ist das Wichtigste bei der Drückjagd? Aller Teilnehmer und deshalb sind auch alle Teilnehmer verpflichtet hier Signalkleidung zu tragen und ihr habt ja den Unterschied zu vorher gesehen, da seid ihr einfach im Gelände besser erkennbar, genauso die Treiber und Rundeführer. Und das Wichtigste natürlich für den Jagderfolg und letzten Endes auch für den Tierschutz und das weitgerechte Jagen ist, dass ihr hier bevor ihr jetzt hier auf der Jagd auftaucht, ordentlich geübt habt, den laufenden Keiler geübt habt oder noch besser ein Schießkino besucht habt, damit ihr treffsicher mit der Waffe umgehen könnt. Und letzten Endes ist auch der Einladende dankbar, wenn er keine Nachsuchen verursacht und Tiere anschießt. Und was die Waffe anbelangt, muss sie natürlich entsprechend den Wildarten, die man auf der Drückjagd jagt, vor allem ist es ja Schwarzwild, natürlich auch vom Kaliber her Schwarzwild tauglich sein. Und da gibt es ja hier genaue Vorschriften, also 6,5 Millimeter Mindestkaliber und E100 mindestens 2000 Joule. Das ist wichtig und nehmt die Waffe, mit der ihr auch trainiert habt, dann seid ihr fit und gerüstet. Ja und wenn ihr am Sammelpunkt seid, dann wird der Jagdleiter, der ist der Verantwortliche für die Jagd, nicht unbedingt der Jagdpächter oder der Eigentümer der Jagd, sondern ein erfahrener Jäger wird bestimmt, der den Jagdleiter macht und der ist auch für die Sicherheit verantwortlich und haftet letzten Endes auch erstmal, wenn was passiert. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und wenn man den Job übernimmt, dann sollte man sich auch wirklich gut auskennen. Der Jagdleiter gibt die ganzen Sicherheitsvorschriften bekannt, er gibt bekannt, wann die Jagd beginnt, wann die Jagd endet, mit welchen Signalen das stattfindet oder das kann auch eine Uhrzeit sein, von 10 bis 12 Uhr. Der gibt bekannt, wann geladen werden darf, wann geschossen werden darf, der gibt euch bekannt, auf was geschossen werden darf. Also ob zum Beispiel Schwarzwild frei ist, ob auch Rehwild frei ist, meinetwegen Rehwild mit der Einschränkung nur verhoffendes Rehwild, also auf Rehwild nur zu schießen, wenn es steht, damit die Schüsse auch treffsicherer sind und dann natürlich wird er bekannt geben, dass führende Bachen zu schonen sind, dass die Sicherheit einzuhalten ist, dass nur geschossen werden darf, wenn ein natürlicher Kugelfang vorhanden ist und ein natürlicher Kugelfang ist immer nur der gewachsene Boden und nichts anderes, das wird er sagen. Dann wird er natürlich auch darauf hinweisen, dass man hier auf die Treiber achtet und vor allem, das ist wichtig, bei den meisten Jagden werden Hunde eingesetzt, dass man auch auf die Hunde achtet, die sollten auch Signalwesten tragen oder Schutzwesten, wenn man auf Schwarzwild jagt und es darf auch kein Schuss abgegeben werden, wenn sich Hunde direkt hinter oder an einem Stück befindet, das sind einfach wichtige Regeln, die man sich einprägen muss. Wenn die Jagd ganz gut organisiert ist, dann wird er euch auch noch einen Zettel aussendigen und einen Bleistift, wo er aufschreibt, ob ihr wild beschossen habt, was ihr für wild gesehen habt, ob eine Nachsuche erforderlich ist und er wird euch die Handynummer überlassen für einen Notfall, damit ihr da anrufen könnt, weil ihr wisst, auf der Drückjagd, der Stand darf unter keinen Umständen aus Sicherheitsgründen verlassen werden. Er wird, wenn es gut organisiert ist, auch euch mitteilen, wenn es irgendwo zum Unfall kommt, wie die Jagd beendet wird. Bei uns ist das zum Beispiel so, dann fahren die Bergetrupps hier laut hupend durch den Wald und das ist dann das Signal, dass die Jagd vorbei ist, dass zu entladen ist, kein Schuss mehr abgegeben werden darf. Das im Falle eines Notfalls und dann weiß jeder Bescheid. Ja und wenn dann alle Regularien erledigt sind am Sammelpunkt, dann wird der Jagdleiter euch einem sogenannten Ansteller zuweisen. Das heißt, das ist der Mann, der euch zu eurem Stand bringt. Bei uns sind es immer Brückjagd-Sitze. Das ist auch gut vorher zu wissen. Muss ich einen Sitzstock mitbringen? Sitzt man mich irgendwo im Gelände ab oder muss ich nachher zwei Stunden stehend verbringen? Oder dann empfiehlt es sich, einen Sitzstock mit einzupacken. Wenn man nichts darüber weiß, dann sicherheitshalber auch mit ins Auto nehmen und sich dann erkundigen. Ja und jetzt gehen wir mal mit dem Ansteller auf unseren Stand und schauen mal, was der uns noch erzählt. Ja der Jagdleiter hat mich jetzt hier zu meinem Stand gebracht. Ja und was erklärt er mir hier nochmal? Der Sack mir, wenn ich aufgebaumt habe, kann ich laden. Darf zum Beispiel dann, wenn Sicherheit gegeben ist, auch sofort schießen. Er hat mir dann gesagt, die Jagd endet um 12 Uhr. Also dauert zwei Stunden. Und ich werde hier wieder abgeholt. Während ich hier bin, darf ich meinen Stand nicht verlassen. Darauf hat er mich dann nochmal hingewiesen. Er hat mir dann auch erklärt, dass ich hier keinen Nachbarschützen in direkter Nähe habe. Dass mein Schussfeld hier 180 Grad in Blickrichtung beträgt. Und dass ich hier in den Wald, der hinter mir im Rücken liegt, nicht schießen darf. Da sind auch zwei orangene Ausrufezeichen zur Warnung nochmal angebracht. Falls man da nicht mehr dran denkt, weil da drüben sitzt dann ein Nachbarschütze. In der Regel sollte man immer so abstellen, dass man sich nicht gefährden kann. Und wenn es Zweifel gibt beim Abstellen und bei der Vorbereitung, dann ist es ganz einfach. Dann gibt es keine Zweifel. Dann wird der Stand nicht besetzt. Und hier geht man auf Sicherheit. Dann ist halt irgendwo Lücke, wo das Wild durchkommt. Aber die Wechsel im Revier sind lang und dann kommt das Wild halt anderen Schützen. Des Weiteren hat er mich noch darüber aufgeklärt, dass ich einen Fangschuss auf Wild nur dann abgeben darf. Wenn das hier von meinem Stand aus möglich ist. Das heißt, ich darf den Stand nicht abbauen, um einen Fangschuss zu geben. Das macht dann ein Hundeführer, ein Durchgehschütze, der vorbeikommt. Was auch immer wichtig zu wissen ist, aber heute in der Regel ist das immer gleich organisiert. Wer macht die Wildbergung und wer bricht das Wild auf? Das ist heute in der Regel so, dass die Treiber das Wild bergen. Oder es gibt einen Bergetrupp. Wenn der Ansteller nachher wieder kommt, dann sage ich ihm, das erlegte Wild. Ich sage ihm auch vielleicht die Stelle, wo ich auf ein Stück geschossen habe, das nicht liegt. Und dann wird die Stelle markiert und vom Nachsuchengespann dann eine Kontrollsuche durchgeführt. Ja, und dann können wir jetzt aufbauen. Wenn man auf dem Stand ist, dann macht man sich dem Nachbarschützen bemerkbar. Hi. Hi. Und der winkt dann auch zurück und dann weiß man, okay, beide wissen, da sitzt jemand und hier, da darf ich nicht hinschießen. Ja, und jetzt können wir unsere Waffe laden. Und sichern. Ja, und jetzt machen wir uns mit dem Gelände vertraut. Der Ansteller hat mir gesagt, hier durch 25, 30 Meter hier vor mir verläuft der Mechsel, auf dem die Sauen, wenn sie hochgemacht wurden, dann auch anlaufen werden. Da suche ich mir jetzt die idealen Schneisen raus, wo ich dann das Wild aufnehmen kann und wo ich das beste Schussfeld habe. Ja, was man bei der Jagd dann dabei hat, das habe ich ja schon in Teil 1 und Teil 2 so gezeigt. Ja, und das ist natürlich für die Drückjagd hier nochmal die wichtigsten Sachen. Ganz wichtig bei so langem Sitzen ist natürlich hier ein gut isoliertes Sitzkissen, weil oft sind die Drückjagdbänke nass oder es liegt sogar noch Schnee drauf. Ja, und wenn es frisch ist, dann Handschuhe natürlich. Ich benutze hier Schießhandschuhe, das heißt, die sind so sensibel und sehr gut im Griff. Das sind so Armee-Schießhandschuhe und die kann ich eben anlassen, in die Tasche stecken, meine Hände werben und muss nicht lange, wenn dann wild anwechselt, wenn ich was höre, hier noch einen Handschuh ausziehen oder sowas. Und mit den Dingern kann ich dann perfekt agieren. Ja, und wenn es richtig pfiffig kalt wird, die Ohren abfallen, dann tauscht man eben die Mütze noch gegen eine Signalmütze und dann hat man es mollig warm. Und nichts ist schlechter als zu frieren, weil ich will mich auf meine Umgebung konzentrieren und wenn man friert und womöglich noch zittert, dann ist es mit der Treffsicherheit meistens auch vorbei und auch die Reaktionsschnelligkeit, die leidet da drunter. Ja, und manchmal ist das Wetter richtig mies. Heute haben wir ja Glück. Hier ist es jetzt trocken, regnet nicht, schneit nicht. Ist aber nicht immer so. Manchmal kommt auch ein strömender Regen und da habe ich dann noch ein Nylon, ein gummiertes Cape. Und das ist wasserdicht, beeinträchtigt mich nicht in der Bewegungsfreiheit. Und ich kann damit auch die Waffe und das Zielfernrohr abdecken, wenn es nötig ist. Ja, und wenn Wildschweine anwechseln, dann gilt immer die Regel, Klein fahr groß. Also man würde nie zuerst eine Bache erlegen und die Frischlinge laufen lassen, sondern man schießt dann jeweils erst von den Frischlingen aufwärts, Überläufer und dann erst die großen Sauen. Und das gebietet die Weitgerechtigkeit. Und hier kann man auch nochmal schön sehen, wie das aussieht, wenn Treiber dann vorbeikommen. Und wie die gut sichtbar sind, wenn man heute eben diese Signalkleidung trägt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da sind die in Bundeswehrbargast durchs Dickich gelaufen. Also da sind die Zeiten heute schon wesentlich besser und sicherer. Grundsätzlich wird eh ein Schuss immer nur dann abgegeben, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass man auch trifft. Ja, natürlich, bei der Jagd brauchen wir heute, denke ich, nicht mehr erwähnen. Da gilt heute hier, Aquaminerale, die absolute Null-Promille-Grenze. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die zwei Stunden sind vorbei. Wir hatten Glück, ein Keiler liegt. Da freut man sich, sonst ist alles auch gut gelaufen. Jetzt ist wichtig, die Waffe wieder zu entladen. Ganz wichtig, das Magazin entfirmen. Sonst repetiert man gleich die nächste Patrone wieder ins Patronenlager rein. Dann zählt man auch seine Patronen immer nochmal und geht immer ganz auf Nummer sicher. Eins, zwei, drei und alles ist gut. Ja, und länger als so zwei, zweieinhalb Stunden sollte auch so eine Bewegungsjagd nicht dauern. Je nachdem, wie gut die Treiber und die Hunde arbeiten, sind die Wildschweine ja hier mit Vollgas unterwegs. Und wenn die erlegt werden und gleich zu Beginn erlegt werden, dann besteht eben die Gefahr, je nach Temperatur auch, dass das Wildbrett verhitzt und dass das Wildbrett unbrauchbar wird. Also spätestens nach der Zeit sollten dann die Wildbergetrupps unterwegs sein, das Wildbergen und auch aufbrechen. Sowieso empfiehlt sich eine, deshalb nenne ich es auch gerne Bewegungsjagd eigentlich. Also das Wild hier nicht wie verrückt durch den Wald zu scheuchen mit dem Merzspektakel, sondern hier ruhig mit den Hunden die Einstände des Schwarzwildes aufzusuchen, wo man sie vermutet. Man kennt sich ja im Revier aus und hier vorsichtig drücken die Hunde auch nicht unbedingt gleich schnallen, sondern erst versuchen, das Wild so auf die Läufe zu bringen, dass es den Schützen möglichst im Troll und vertraut kommt. Umso besser kann der Schütze ansprechen und umso besser sitzen auch dann die Schüsse. Ganz schlecht ist es, wenn man schnelljagende und weitjagende Hunde hat, die dann direkt an den Sauen dranhängen und die hier vor uns vorbei wechseln, hier mit 30-40 kmh. Das bringt nichts und ist auch nicht effektiv. Hier gilt oft, weniger ist mehr. Ja, ich hoffe, es war was für euch an wissenswerten Dingen dabei. Ich wünsche euch, wenn ihr auf die erste Rückjagd geht, natürlich weitem an Seil und viel Anblick. Und bis zum nächsten Video. Euer Hans. Ciao. Ciao.